Moinitots, ja, ihr habt richtig gelesen, Tordos ist back. Jetzt seid ihr wahrscheinlich komplett verwirrt und denkt euch so, hä hä, auf diesem Kanal, was, was, was? Nein, Leute, ganz ruhig, hier bleibt alles so, wie es hier ist, es wird sich nichts dran ruddeln. Und zwar ist Tordos back, aber auf einem neuen Kanal, den ihr in der Videobeschreibung finden werdet. Von mir und meinem Team werden dann neue Bestoffs auf diesem Kanal erscheinen. Die Bestoffs werden wie in meinem alten Stil sein, aber Leute, mit deutlich mehr Editing und halt auch Effekten, ist ja ganz klar. Wenn euch die alten Bestoffs zugesagt haben, dann werden euch die neuen Bestoffs es richtig gefallen. Und das Beste an der Ankündigung, Leute, das erste Video erscheint schon heute um 16.30 Uhr als Premiere auf Tordos 2.0. Link zum neuen Tordos-Kanal ist in der Videobeschreibung und in der Endcard. Ich hatte schon ewig wieder Lust, sowas zu machen, weil die klassischen Bestoffs gingen ja immer mehr zurück. Und da muss es einen geben, der der Meister darin war und das war einfach nur Pews. Und deswegen gibt es jetzt wieder ein paar Bestoffs, zwar nicht so oft, aber ab und zu von mir und meinem Team. Noch wichtig zu sagen, jeder, der an Bestoffs kein Interesse hat, absolut kein Problem. Auf diesem Kanal kommt ja weiterhin alles, was auch bisher so kam von mir. Danke auch an jeden, der mich dieses Jahr so unterstützt hat. In Sachen liken, kommentieren, einfach nur Video angucken. Danke dafür auf jeden Fall. Wenn dazu auf jeden Fall im Jahresrückblick. Ja, das war es auch schon mit dem kleinen Infovideo heute. Wir sehen uns demnächst hier auf jeden Fall zum Jahresrückblick bei Pews. Bis dahin einen schönen Tag euch und haut rein, ihr Toads.